Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, also von gleich YouTube. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben verlassen und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. So, heute haben wir den Daily Shop vom 23.06.2019 am Start. Wir gehen direkt deswegen in den Item Shop. Wir haben heute einmal ein neues Outfit und eine neue Lackierung. Wir fangen allerdings auf der rechten Seite an mit dem Rostflieger. So, ja gleich, was geben sie dann dem Rostflieger? Kann man das drehen? Kann man die auch ein bisschen drehen? Der Rostflieger für 1200 V-Bucks ist ein Standardgleiter mit Auspuff, Nieten oben dran. Das sind 1, 2, 3, 4. Er kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10? Für mich liegt der 7 von 10. Der Rostflieger hat eine Bewertung von 3,14 von 5 bei 14 Wurzeln. Am 1. Mal am 27. April 2018 am Schokowesen seit dem 13 Mal und 10 Reminders. Dann kommen wir zum Tambour Major. Tambour Major. Das ist ein Fortbewegungs-Emote für 500 V-Bucks. Mega cooles Ding. Ist geil. Find ich auch geil. Er kriegt von mir 10 von 10. Von mir kriegt er auch ebenfalls 10 von 10. Der Drum Major hat eine Benutung von 3,8. Nochmal, der heißt nicht Drum Major. Ach so. Doch der heißt ja tatsächlich. Drum Major auf Englisch, okay. Der Drum Major. 3,8 Team von 5 bei 15 Wurzeln. Zum 1. Mal am 21. Mit dem Erz. 2019 Schokowesen seit dem 3 Mal und 33 Reminders. Ist das dein Erz? Ist das dein Erz? Ist das dein Erz? Ist das dein Erz? Ich erzähle gerade, aber du lachst, du kannst dich nicht konzentrieren. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Okay, warte mal nochmal. So. Der Eindringling. Der Eindringling? Für 1200 V-Bucks. Einer der hässlichsten No-Skins. Zoom mal daran an den. Das wird wirklich, guck mal, der sieht doch echt schon total... Der wird nicht bekifft aus. Der sieht echt total benebelt aus irgendwie. Also von mir kriegt der tatsächlich nur 2 von 10. 0 von 10. 3,2 von 5 bei 20 Wurzeln. Erstmal am 19. November 2017 im Schokowesen seit dem 24x21 Reminders. Schrittwechsel. Schrittwechsel, mega cool. 10 von 10. Nein. Müssen wir auch ein Video dazu haben. Ja, haben wir auch. Also dem gibt es auch. 10 von 10. Ganz klar. Der Schrittwechsel des Switch-Step. Also oben in der rechten Ecke. Eine Belohnung von 4,135 bei 16 Wurzeln. Zum ersten Mal am 16. April 2019 im Schokowesen seit dem 4x und 23 Reminders. Oben in der rechten Ecke. Verlinkt jetzt, ne? Das Video dazu. Dann Garn-Unesen, Garn-Unesen, wie auch immer. Garn-Unesen, der Panzergreni. Ja, kriegt von mir 4 von 10. Von mir kriegt der 2 von 10. 3,645 bei 25 Wurzeln. Erstmal am 9. September 2018 im Schokowesen seit dem 10x und 28 Wurzeln. Dann kommen wir zum Rex. Der Rex. Ja, da der Dino. Also ist halt so ein Klassiker, ne? Also wenn man... Ist auch schon auf mehreren Bildern drauf gewesen. Fortnite. Aushängeschild. Irgendwie der Rex. Ich finde ihn trotzdem bescheuert, muss ich sagen. Und von mir kriegt er nur 4 von 10. 3 von 10. Der Rex. Das hat man beliebt, das 2, ne? Ja, geht ja. 3,665 bei 110 Wurzeln. Erstmal am 4. März oder am 8. März. Dann sind wir dann 6. März oder am 8. März. Da ist noch mehr. Dann kommen wir zum Dino. Dino. Genau. So, so mal an dir ran. Heißt ja, die Trieserra Ops. So, oh, hier hinten drauf. Guck mal aus dem Ei raus. Ja, ja, ja. Genau. Finde ich... Das Backpack finde ich noch am besten an der... Das ist auch dann schon fast alles. Also Trieserra Ops, Dino-Kommando... Auch 4 von 10. 4 von 10. Für 2.000 V-Bucks, Leute. 3,8455 bei 77 Wurzeln. Erstmal am 20. April 2018. So, Chocolates und seitdem. 12 Mal und 119 Reminders. Stand kräftiger Biss. Oh Gott. Und... Ja, diese Spielzeugkacke da. Sieht aber wenigstens ein bisschen cooler aus als die Skins. Ja, finde ich jetzt ein... Ja... Ich geb der 5 von 10. Ja, bin ich dabei. 3,6455 bei 35 Wurzeln. Am 20. April 2018. So, Chocolates und 12 Mal und 34 Wurzeln. Meinerslamm. Zero, Dax, Dax, Dax. Den finde ich geil. Und der kriegt von mir 9 von 10. Mir regt der auch. Von 10. 3,9455 bei 32 Wurzeln. Erstmal am 21. Juni 2018. Das ist schon ein Jahr her. Seitdem 9 Mal und 27 Reminders. Dann kommen wir zum Biss. Der Biss. Ja, krass. Guck mal, die hat einen Revolver da unten. Geh mal noch ganz kurz noch ein Stückchen zurück. Boah, jetzt geh mal. Klar. Wow. Ein Revolver da. Im rechten Bein. So, was ist das da hinten? So, mal an das dran. So, mal da dran. Was ist das? So eine kleine Rakete, ne? So ein kleines... Raumschiff irgendwie. Ohrringe. Was hat die da oben in der Kappe? Einschusslöcher? Ja. Okay. Ja, da dieses T-Shirt und das Bandana. Sieht hier echt relativ cool aus. Ein bisschen tribal mäßig gemacht. Also ich finde die mega cool und von mir kriegt die 9 von 10. Von mir kriegt die 7 von 10. Der Biss. 3,67 pro 5 bei 3 Votes und 10 Reminders. Busy. Ja, Busy. Genau. So, für 300 V-Bucks... Wow. Also ich finde das sieht ziemlich... Soll ich jetzt... Ihr befindet die Hand. Nein, aber ich finde trotzdem sieht es ziemlich geil aus. Also ich finde es wirklich geil. Fühlt mir sehr gut. Das Teil. Ja, sieht schon cool aus. Es ist mir zu auffällig für das Spiel. Weißt du, das ist das Problem. Ich finde es sieht geil aus, aber ich mag nicht so auffällige Sachen. Also das sieht Magma auch nicht. Magma ist noch nicht mal so auffällig wie das, finde ich. Es ist egal wie die Waffen aussehen. Hm? Es ist egal wie die Waffen aussehen. Nein. Es ist nicht egal wie die Waffen aussehen. Stell mal vor du bist irgendwo im Busch drin. Stell mal vor du bist irgendwo im Busch drin und guck irgendwas Orangenes raus. So, ja du. Da hast du dann Pendages oder sonst irgendwas, was nix naht. Wie nix naht aussieht. Wie nix naht aussieht. Ich will getarnt sein. Ach, er gleicht jetzt immer noch heutzutage in dem Game auf Tarnung. Okay. Es gibt immer mal Situationen, wo ich unerkannt werden will. Den kriegt trotzdem von mir neun von zehn. Ich find's geil. Sieben von zehn. Drei von fünf bei zwei Wurz zum ersten Mal. Heute und zwei Uhr anders. Busy. Drei von fünf bei zwei Wurz und zwei Reminders. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte mir in den Daumen hoch. Schreibt es in den Kommentaren. Schreibt es sich zu den Händen. Dieser Heist vor der DAS shop mit uns beiden. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.